Willkommen zurück bei Let's Play Let's Base. Hey! Yeah! Ähm, was haben wir heute vor? Ja, viel. Definiere viel. Äh, hallo kleines Viel, stimmt. Ähm, heute ist der... Wie viel der ist heute? Ich weiß es gerade gar nicht. Heute ist der... Ähm, hier fehlt immer noch was. Moment. Ähm, wie viel der ist heute? Der, 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 der 29. Ja, der 29. muss es heute sein. Und, ähm, ich habe heute vor, ähm, eine Dead Space Nacht zu machen. Was heißt Dead Space Nacht? Dead Space Nacht heißt so viel, wie dass ich wahrscheinlich an die 2-3 Stunden Dead Space aufnehme. Was dann so, also ungefähr zwischen 6 bis 9 Parts ungefähr wird. Ich versuche also mal ein wenig voranzukommen. Wenn natürlich so laut wäre. Äh, ja, allerdings... Achso, hier. Ich bin doch ein bisschen stupid. Aber gut, ich... Ja, hoch. Und rein damit. Aufkommen auf. Apropos, da fällt mir gerade was auf. Mir ist beim letzten Mal was aufgefallen, worauf ich nicht hingewiesen wurde. Und zwar... ...habe ich meinen Untertitel aus. Das hätte mir auch jemand sagen können. Da habe ich nicht dran gedacht. What the fuck? Äh, den Links hatte ich nicht gesehen. Das hat man gemerkt, glaube ich. Super, Medi-Kid. Keine Ahnung, wo wir hier sind, aber das ist uns auch egal. Wie sieht es mit Munition aus? Wir sollten eindeutig mal die Waffe wechseln. Zack. Aktivieren, ja. Wie oft soll ich denn eh drücken? Danke. Oh, was passiert jetzt? Unsequenz. Nein, nein, nein. Warum haben wir die Besucher denn gewusst? Das ist tot beleistig. Dachtest du, ich würde dir vergeben? Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht Nicole! Wer ist denn hier? Nicht Nicole. Und jetzt kommt da irgendwas durchs Fenster. Ich... 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 Man hört es schon. Oh nein. Oh, hey. Was ist das? Mir geht's euch? Ja. Dann, äh... Sagen wir mal Hallo. Komm. Hey, Sie haben es geschafft? Ja. Hi, Süße. Ich kann nicht zielen. Das finde ich doof. Wir werden jetzt sowieso, wie so angegriffen. Sowieso. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Hä? Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey. Was ist los? Ich... Ich weiß nicht. Etwas muss die Scheme blockieren. Bleiben Sie hier. Ich seh mich mal um. Ja. Ich seh mich mal um. Bleiben Sie hier. In der sich bewegenden Gondel. Fick dich, Ishim. Fick dich. Bleib doch einfach bei der Frau und mach mal was Schönes mit der. Begnüge dich mal ein wenig und alles ist wunderbar, Tutti. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Super. Wirf auch die nützlichen Items einfach mal über die Clip. Das ist doch... Ist doch nicht dein Ernst, wenn du jetzt an dieses Medi-Pack nicht mehr drankommst, ne? Ich raste aus. Komm, komm. Nimm es, nimm es. Da unten liegt es. Das ist nicht dein Ernst. Ja, wäre ja auch hilfreich. Speicherstation. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ist auch egal. Wir speichern natürlich trotzdem. Aber natürlich geht es weiter. Rechts neben mir Monster? Nein? Ja, vielleicht. Über mir vielleicht? Nein. Vielleicht. Wer weiß das schon? Oh, hier ist es auf jeden Fall. Oh, hi. Oh, ich kenne dich doch. Hey, hey. Und es sieht nach einem großen Raum aus, der so vor allen Dingen lieb bei Stalkern ist. Hier ist die Stalker. Ja doch, Stalker. Da habe ich ja jetzt schon... Nein, Spaß. Also irgendwie scheiß ich ja massenweise von diesen kleinen, verkackten Viechern zu gehen. Und ich... Und ich höre in der Wand durch diesen Schacht schon jemanden kommen. Wunderbar. Der ist tot, ne? Ja, der ist tot. Oh, der ist... Oh, der ist auch tot. Hi. Ja, Tab. Drück mal. Habe ich nicht sowas gesagt? Oh, das sieht nach Stalkern aus. Das sieht nach Stalkern aus. Ja. Hallo. So einfach ficktes Ars. Ich habe keinen Medipack. Wieso habe ich keine Medipacks? Scheiße, wieso habe ich einfach keine Medipacks mehr? Wo sind meine ganzen Medipacks? Oh, fuck. Wenn ich jetzt hier krepiere, ne? Wo, warum habe ich das? Oh, komm, fick dich, Stalker. Ich kann nicht mehr nachladen. Ich habe keine Option mehr. Geile Sache. Ich brauche ganz dringend einen Shop, aber holler die Waldfee brauche ich dringend einen Shop. Ich habe doch Medipacks, doch. Und kann ich nicht einsetzen? Jetzt kann... Ja. Ich konnte sie eben nicht einsetzen. Genau. Jetzt kann ich wieder. Immerhin muss ich mal ganz ehrlich so ein Lädener sein. Okay. Ich kann meine Medipacks wieder einsetzen. Jetzt ist es wieder alles halb so schlimm. Obwohl... Mir viel geht die Munition auf. Also hier sind auf jeden Fall noch welche. Das weiß ich auch. Hi. Warte mal. Hat der gerade gesprochen? Ah, fick dich doch. Hat der gerade gesprochen, wo ich ihn mit Stase verlangsamt habe? Geh doch sterben, ne? Also langsam ist es hier nicht mehr feierlich. Ich verreck hier gleich. What the fuck? Hör auf! Sitz! Braves Jüngchen! Habt das jetzt bald mal! Leute, ich hab keine Munition mehr! Ich mein' da todernst. Ich hab echt keine Munition mehr. Mir geht hier gerade der Arsch aufgrund Eis. Ich hab hier noch ne kleine Bombe. Hä, 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 hä. Ey. Hier geht der Arsch aufgrund Eis. Meine Medipack... Ja, ich hab noch ein einziges Medipack jetzt. Okay. Jo, ich bin, ich bin. Ich verreckiert auch wohl. Scheint auch gehört zu haben. Vielleicht war's das jetzt. Ich hab noch ein ganz kleines bisschen Munition wieder. Ja. Betonung liegt auf dem kleinen Lüßchen. Ja, Puhn können wir jetzt auch mitnehmen, auch wenn wir die Waffe gar nicht haben, weil, äh... Bringt uns ja grad... Wir haben ja grad sowieso genug Platz im Inventar, weil wir nämlich, äh... Fast nix mehr haben. So, kann ich jetzt mal wissen, wo's weitergeht? Hallo? Psst. Wo geht's denn weiter, ja? Oh, fuck! Okay, Frage beantwortet. Alles klar. Alles klar. Brauchst du nicht mehr. Ist, äh... Ist okay. Ist er tot? Ist er tot, na ja. Ist er tot? Oh, ich kann auch einfach ein Ding nehmen können. Egal. E-lo-ide. E-lo-ide. Ich hab jetzt kein Medi-Pack mehr, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich hab kein Medi-Pack mehr. Wunderbar. So will man das. So will man das haben. So ist das Leben schön. So ist das Leben wunderschön. Und nur Medi-Packs. Und zwei Schächt über dem Kopf. Im Augenzug. Und eindeutig etwas Fettem rechts hier hinter der Ecke. Oh, komm. Oh, du bist tot, okay. Oh, da... Oh, 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 oh. Hätte ich fast übersehen. Danke, dass du noch mal Geräusche gemacht hast. Sonst wäre ich jetzt da voll reingelaufen und hätte mich zu Tode erschrocken. Ja, war ja klar. Na. Mal weg. So, da haben wir eine Spalchersation. Und einen Shop vor allem. Der Shop ist ganz wichtig. Ah, der Shop ist ganz wichtig. So. Inventar. Ich will den Rubin-Dings da verkaufen. Ja. Gold will ich verkaufen. Gold will ich verkaufen. Die Harpun-Dinger will ich verkaufen. Ja. Was ist das hier? Suchprojektile will ich verkaufen. Ja. Das will ich mir ganz schmarrn. Jetzt habe ich genug Geld. Ach, falsch. Ja, vielen Dank. Ich will nichts mehr im Shop. Kein Problem. Mach den Shop einfach zu. Kein Ding. Kein Ding. Kein Problem. So, Shop. Ich will... Medi-Packs. Zwei davon. Einen davon. Reste werde ich wohl finden. Äh, und ich brauche Plasma-Energie. So. Und Knoten. Auch mal zwei. Wunderschön. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen... Ja, jetzt habe ich wieder gut was an Munition. Speichern wir. Und der erste Part ist vorbei. Der erste Part von vielen. Ich schaue mal, ob hier wirklich auch alles mit der Soundkonfiguration stimmt, wenn ich jetzt irgendwie so viel am Stück aufnehme. Und so weiter und so fort. Also, wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. Ich schaue mal.